Jetzt hier das Ding. Das ist der Gang. Das ist eine Steigung oder ein Gefälle. Das ist typisch. Die Beschilderung ist sowas von katastrophal hier. Wann muss man da raus? Ah, da war die Centociata. Da muss ich hin. Unverpeilt. Wenn man die Sicht nicht auskennt, dann muss ich auf die Bremse treten. Das ist Wahnsinn. Naja, das liegt richtig hoch. Das ist so archaisch. Das ist fast wie Corleone. Nur fast. Das ist so archaisch. Das ist so archaisch. Das ist so archaisch. Das ist so archaisch. Das sind so archaisch. Dann dynamische 1.2. Komm. Let's get through that house. Let's get through that house. Let's get through that house.